Gebrauchsanleitung für Ihre neuen Remington Rohlektrik, dieser Elektrorasierer, wurde hergestellt und geprüft unter Überwachungsverband Deutscher Elektrotechniker. Bevor Sie sich rasiere, soll Ihre Haut trocken und fettfrei sein. Manche Männer erreichen eine bessere Elektrorasur, bevor Sie sich gewaschen haben. Andere rasieren sich besser nach dem Waschen. In jedem Falle sollte das Gesicht trocken sein und frei von Feuchtigkeit und Hautfetten. So beginnt Ihre Rohlektrikrasur. Nehmen Sie die Schutzkappe aus Plastik ab. Verbinden Sie das Kabel zuerst mit dem Rasierer und dann mit der Steckdose. Lauft der Motore Ihres Rasierers nicht sofort. Drucken Sie bitte auf das Startradchen und drehen Sie es mit einer Bewegung des Fingers, es genügt. Den Motor ganz kurz anzuwerfen, um den Rasierer abzuschalten. Ziehen Sie bitte das Kabel aus der Steckdose. Rasieren Sie mit kurzen, gleichmäßigen Strichen und halten Sie den Scherkopf stets flach gegen Ihr Gesicht. Halten Sie den Rasierer immer so. Dass die Flache des Scherkopfes und die Gleitrollen auf der Haut aufliegen, setzen Sie den Rasiererwaren der Rasur nicht ab, sondern bewegen Sie ihn auf der Haut mit gleichmäßigen, leichten Strichen hin und her. Reinigen Sie die Doppelmesserköpfe nach jeder Rasur. Ihr Rohlektrik wird es Ihnen mit einer stets gleichbleibend guten Leistung danken. Wenn Sie seine Doppelmesserkopfe nach jeder Rasur reinigen, Sie verhindern damit, dass sich Haare zwischen den Messern ansammeln und die Rasierleistung beeinflussen. Und so schneiden Sie den Schnurrbart, auch hierzu nehmen Sie bitte die Haartasche ab, die drei Doppelmesserkopfe Ihres Rohlektrik erfassen mit Leichtigkeit kurze und lange Haare. Deshalb können Sie mit einer Kante der Doppelmesserkopfe auch Ihren Schnurrbart besonders gerade und gleichmaßig schneiden. Sie brauchen dabei die Kante zu fuhren, die Sie abrasieren wollen. Rasieren Sie sich mit dem und gegen den Strich, fahren Sie einmal mit den Fingerspitzen über Ihren Bart. Sie können dabei genau feststellen, in welcher Richtung die Haare an den einzelnen Gesichtspartien waschen. Wenn Sie nämlich gegen den Strich fahren, spuren Sie stärkeren Widerstand. Bewegen Sie den Rasierer in dieser Richtung und entgegengesetzt hin und her an Stellen. Wo Ihr Bart in Wirbeln wachst, rasieren Sie bitte in kreisender Bewegung. Um eine schnelle und glatte Rasur zu erzielen, bewegen Sie außerdem bitte Ihren Kopf jeweils so, dass die Barthaare von dem Rasierer leicht erfasst werden können. Erfahrungsgemaß beginnen viele Männer mit der Rasur am Hals. Abnehmen der Haartasche zur Rasur des Haaransatzes und des Schnurrbads halten Sie den Rasierer. Wie das Bild es zeigt in der einen Hand und fassen Sie die Haartasche mit Daumen und Zeigefinger an den Schmalseiten. Bei leichtem Druck lässt sich die Haartasche dann bequem abziehen. Zur Reinigung können auch die Gleitrollen abgenommen werden. Die Gleitrollen sind in der Haartasche federnd gelagert. Um sie herausnehmen zu können, fassen Sie die Haartasche bitte so, wie es das Bild zeigt. Drucken Sie die jeweilige Rolle in Richtung auf das gefederte Ende, wodurch sie leicht herausgehoben werden kann. Die gründliche Reinigung der kompletten Messerköpfe alle 6 bis 9 Monate, falls nötig. Auch häufiger bringen oder schicken Sie Ihren Rohlektrik bitte zu einer Remington-Kundendienst-Station. Damit er dort gründlich gereinigt wird, das Abnehmen der Doppelmesser-Kopfe, Ihr Remington. Rohlektrik hat federnde Halterungen an jedem Ende der Messerkopf-Grundplatte. Halten Sie den Rasierer und die Doppelmesser-Kopfe so, wie im Bild gezeigt. Die Reinigung Reinigen Sie stets nur einen einzelnen Messerkopf. Mit dem Ring am Griff der kleinen Reinigungsbürste schieben Sie vorsichtig zuerst das Innenmesser. Eines Messerkopfes aus seiner Hulle, bitte reinigen Sie sorgfaltig das Innen- und das Außenmesser. Mit der Burste, die entstaubten Innen- und Außenmesser tauchen Sie nun in Remington-Shava-Sava. Im Übrigen richten Sie sich bitte nach der Gebrauchsanweisung auf der Shava-Sava-Flasche. Sorgen Sie immer dafür, dass die Doppelmesser-Köpfe Ihres Rohlektrik gut geschützt sind. Die Messerkopfe sind die wichtigsten Teile Ihres Rasierers. Sie wurden aus feinstem Instrumentenstahl hergestellt und bis zur außersten scharfe Diamant geschliffen, um stets eine tiefe, gründliche Rasur zu gewahrleisten. Mussten die Messer naturgemaß sehr dun sein, es ist verstandlich, dass sie nicht vor eine raue, rücksichtslose Behandlung gedacht sind. Immer sollen Sie sich sauber, schnell und angenehm rasieren, gleich viel. Wie stark Ihr Bart ist, auf der letzten Seite dieser kleinen Broschure finden Sie eine Listen von Remington-Kundendienststationen. Wer geschultes Personal beantwortet Ihnen dort gern jede Frage über die richtige Handhabung Ihres Rohlektrik und man zeigt Ihnen auf Wunsch. Wie Sie sich am besten mit dem Rohlektrik rasieren. Senden Sie beiliegende Registrierungskarte bitte innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf an uns ein. Sie sichern sich so Ihren Garantieanspruch. Und alles Gibt dich für alle Bror analyzing die Anwes thatstim praktisch. Wie sieht man die Anwes thatstieren aus? Wie sieht die Anwes collegender 에yian- und問題, Wie sieht die impressiveness? Wie belangrijk sein?